Guten Tag, mein Name ist Esfania Raster, ich bin Produktspezialist bei DREGA und ich möchte Ihnen heute live von der HNA unser neues Produkt, die DREGA X-Act 5000 Röhrchenpumpe, vorstellen. Ich möchte Ihnen darstellen, wie die Pumpe Sie sicher durch den Gefahrstoffdschungel bringt und Sie effizient bei Ihrer Arbeit unterstützen kann. Durch das innovative Pumpenpronzept kann die DREGA X-Act 5000 für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Der Anwender kann zwischen drei verschiedenen Betriebsarten wählen. Eine Option, die mit der DREGA X-Act 5000 Pumpe möglich ist, ist die sogenannte Probenahme. Das ist erforderlich bei komplexen Stoffgemischen, bei ähnlichen Substanzen, wo direkt anzeigende Röhrchen an ihre Grenzen stoßen. Dort werden in der Regel Probenahmeröhrchen verwendet, die ein Adorbermaterial haben, welches im Anschluss an die Probenahme laboranalytisch ausgewertet wird. Auch dies ist mit der DREGA X-Act 5000 möglich. Sie können relativ einfach den Flow einstellen, die Probenahmedauer einstellen. Die Pumpe macht alles automatisch und stoppt auch automatisch nach erfolgerter Messung. Ein besonderes Feature, was die DREGA X-Act 5000 besonders bedienerfreundlich macht, ist die sogenannte Barcode-Funktion. Auf jeder DREGA-Röhrchenpackung finden Sie einen Barcode speziell für die DREGA X-Act 5000. Diesen Barcode können Sie relativ leicht in der Pumpe einlesen. Der Vorteil für den Anwender ist, dass alle erforderlichen Messparameter, wie zum Beispiel die erforderliche Hubzahl oder der zu messende Stoff, entsprechend in die Röhrchenpumpe übertragen werden und der Anwender sofort mit der Messung starten kann, ohne selbstständig in der Gebrauchsanweisung entsprechende Punkte nachlesen zu müssen. Weitere Highlights der Pumpe, es können auch Verlängerungsschläuche adaptiert werden, bis zu einer Länge von 30 Metern. Dies ermöglicht die leistungsstarke interne Pumpe. Innovativ dabei ist, dass die Schläuche automatisch von der X-Act 5000 erkannt werden und entsprechend mit einkalkuliert werden, bei der Berechnung des entsprechenden Korrekturfaktors. Natürlich ist die DREGA X-Act Pumpe exgeschützt und damit auch in entsprechenden Ex-Bereichen einsetzbar. DREGA-Röhrchen-Messsysteme gibt es bereits seit über 70 Jahren auf dem Markt. Zu einem DREGA-Röhrchen-Messsystem gehören neben den DREGA-Röhrchen auch stets Pumpen. Sei es die DREGA-Handpumpe Akuro oder jetzt neu die DREGA-automatische X-Act Röhrchenpumpe. Ich hoffe, Sie haben einen positiven ersten Eindruck von der DREGA X-Act 5000 gewinnen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten DREGA-Fachhändler oder in Ihrer DREGA-Vertriebsniederlassung. DREGA-Vertriebsnieder